Hallo, mein Name ist Erik und willkommen zu dieser Migrant-Ausgabe von Gnufunst. Wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist Erik, mag das berechtigt sein, ich trete sonst vielleicht nicht so in Erscheinung. Ich bin der Typ, der sich halt so ein bisschen um die Grafik und Video und Audio-Sachen bei Gnufunst kümmert. Und ich dachte, heute mache ich mal so eine Art Making-of von Gnufunst, wo ich zeige, wie das Ganze eigentlich produziert wird. Weil das ja vielleicht für andere Leute, die auch mit freier Software einen Podcast machen wollen, ganz interessant sein könnte. Das Ganze werden wahrscheinlich drei Episoden. Heute in der ersten gucken wir uns mal an, wie die Aufbereitung der Rohdaten funktioniert. Also wie die Videos so konvertiert werden und vorbereitet werden, dass man es in Blender nachher schneiden kann. Und wie das Audio halt vorbereitet wird, die verschiedenen Spuren zusammen gemischt werden, dass das auch nachher als Audiospur in Blender benutzbar ist. Gucken wir uns als erstes einfach mal an, wie das von der Kamera funktioniert. Wir nehmen Full HD auf, die Kamera wirft solche MTS-Dateien raus. Das sind MPEG-2 Transport Streams einfach nur. Da steckt Full HD MPEG-2 Video drin. Und ich mache mal so ein Ding auf, dann sieht man mal, wie das aussieht. Und da sieht man halt auch schon die Probleme. Also wenn man hier drin spult, kommt es ganz schnell zu ganz vielen Artefakten, was natürlich für einen Videoschnitt überhaupt nicht gut ist, da man viel drin spulen wird. Außerdem hat das Video hier 60 Frames pro Sekunde, ist interlaced und das ist alles nicht wirklich geeignet. Das heißt, das erste, was ich mache, ist, ich konvertiere das in ein etwas passenderes Video-Format. Habe mir dazu so einen kleinen Einzeiler geschrieben hier, der das gleich mit allen Dateien im Ordner macht. Benutze dazu AV-Conf. Die interlace das Ganze, nehme das Audio mit rüber, da ich das nachher zum Synchronisieren benutze. Das Video-Codec benutze ich jetzt MJPEG, das ist kein sonderlich effizienter Video-Codec, aber es hat den Vorteil, dass er komplett aus Keyframes besteht und ich nachher überall hinspulen kann und das Video auch mal rückwärts abspulen kann und sowas. Mit einer Qualität von 0, im Grunde genommen verlustfrei. Wir möchten hier nicht Qualität verlieren. Wird zwar groß, aber es spielt ja jetzt nicht wirklich eine Rolle. Verpackt das Ganze in einen Matroska-Container und konvertiere es auch in 24 Beta pro Sekunde. Blender mag das nicht, wenn man Videos in verschiedenen Frame-Raten hat, da kommt er nicht so gut mit klar. Was sehr ähnliches mache ich im Grunde genommen für die Screen-Captures. Wir nehmen mit Record My Desktop auf. Auch die Videos, die da rauskommen, die haben nur eine sehr unregelmäßige Keyframes. Und sind daher auch nicht für einen Videoschnitt wirklich geeignet. Mache ich im Grunde genommen genau das Gleiche. Konvertieren die auch in MJPEG mit 24 Bildern pro Sekunde. Ein bisschen komplexer ist es bei den Aufnahmen, die wir vom Mobiltelefon machen, von den Android-Geräten. Wenn wir da Reviews machen. Wir haben nur so ein kleines, selbst zusammengebasteltes Skript im Moment, um Videoaufnahmen von Android zu machen. Es ist alles nicht so toll, dass da keine wirkliche freie Lösung gibt. Das konvertiere ich aber auch einfach in MJPEG. Und später muss halt im Blender eine ganze Menge nachbearbeitet werden, um die Synchronisation wieder hinzubekommen. Was hier aber halbwegs einfach geht, da wollen wir viele stille Stellen zwischendurch haben. Wie das ganze Android-Recording funktioniert, dazu mache ich vielleicht auch nochmal eine extra Episode. Denn das ist ja vielleicht auch interessant für andere Leute. Vielleicht hat auch jemand eine Idee, wie es besser geht. So, die meiste Arbeit am Anfang in der Vorbereitung geht auf jeden Fall in das Audio. Wir nehmen mit einem externen Harddisk-Recorder auf, wo man immer drei Tracks rausbekommt. Und ein Track für das Mikrofon von André und zwei Tracks für die beiden Mikrofone von Paul. Und ich mache jetzt einfach mal Audacity auf. Normalerweise würde ich das in Artur machen, aber in Ubuntu ist im Moment leider Jack kaputt. Das heißt, ich kann auch keine Artur benutzen. Ich importiere jetzt einfach mal die drei Tracks hier. Das sieht dann so aus. Das Erste, was ich jetzt eigentlich mache, ist die beiden Tracks von Paul zusammenmischen. Da war, die nicht getrennt brauchen. So, jetzt suche ich mir die Stelle, wo die eigentliche Aufnahme losgeht. Wir haben immer eine Klappe am Anfang. Also, da klatscht einfach einer der beiden. Wie hier zum Beispiel. Und jetzt nehme ich mir einfach alles, was danach ist. Währe das mal aus. Und packe da mal Normalisierer obendrauf. Das können wir das Ganze erstmal ein bisschen besser sehen. Ich lasse all die Sachen hier vorne drin, weil der Peak von der Klappe ist sehr praktisch, um das später richtig zu synchronisieren. Hier ist ein Blender mit dem Audiotrack, der von der Kamera aufgenommen wird. So, jetzt gucke ich mir das mal hier an. Und man sieht halt schon so ein paar Probleme. André ist generell sehr viel leiser als das von Paul. Und wir haben halt hier diese irre lauten Peaks drin, wo das Telefon klingelt. Was halt sehr viel lauter ist als die Umgebung. Genau. Und was ich darum jetzt erstmal nehme, ist dieses Hüllkurvenwerkzeug hier. Und ich bearbeite das einfach mal so ein bisschen nach. Mach das ein bisschen leiser. Da kommt zwar später auch noch ein Kompressor über alles drüber. Aber solche Sachen, die sehr gezielt sind, kann man im Generellen besser von Hand machen, ohne das ganze Audio tot komprimieren zu müssen. So. Hier auf der Spur von Paul das Gleiche. Ich gehe ein bisschen leiser, da Paul ein bisschen weiter weg ist. So. Das sieht man hier, redet Paul. Das heißt, da kann ich es nicht ganz so doll komprimieren. Weil ich ganz so doll leiser machen. So, hier ist das, denke ich, ganz okay. Mal anhören. Genau. Oh, ich muss da mal ganz kurz ran. Holla, du hast da ein Telefon. Ja, es ist nicht perfekt. Normalerweise würde ich da ein bisschen mehr Zeit drin investieren. Aber für Zwecke reicht es. Jetzt gucken wir mal, wo wir sonst noch so ein paar Problemstellen vielleicht haben. Also hier hinten ist halt noch ein recht lauter Peak. Mal anhören, was das ist. Ja, da kriegen wir so ein bisschen Feedback bei der Videotelefonie. Nehme ich mir jetzt auch einfach das Hüllkurvenwerkzeug. Und mache das ein bisschen leiser. So, hier. Hier. Und bei Paul das Gleiche. Es ist einfach sehr viel angenehmer anzuhören, wenn man da nicht so laute Sachen drin hat. Wir wollen den Leuten ja keine Ohrenschmerzen machen. Jetzt gucken wir mal noch. Hier hinten ist es ziemlich laut. Nochmal. Mal schauen, was hier passiert. Ups. Und das? Ja. Ich brauche das Tool hier. Ach Gott, wo bin ich denn jetzt hier? So, mal schauen. Ich hatte kurz wieder die... Ach, das gehört schon gar nicht mehr zur Aufnahme dazu. Das ist in Ordnung. Das hier hinten können wir im Grunde genommen mehr oder weniger einfach auch mit dem Tool wegmachen. Sondern dann fällt das wenigstens bei der Nachbearbeitung und beim Kompressor nicht mit ins Gewicht und beim Normalisieren. So. Was ich jetzt machen muss, einmal mit Mix und Render diese Daten im Grunde genommen fest einbacken. Weil einige von den Plugins in Audacity kommen nicht richtig damit klar, wenn es nicht gemacht ist. So. Jetzt normalisiere ich das Ganze einfach nochmal. Gucken wir das nochmal an. Sieht schon sehr viel schicker aus. Und jetzt nehme ich mir einfach mal einen Kompressor und packe den über das Ganze oben drüber. Man sieht, die Zeiten sind recht kurz eingestellt hier. Und die Ratio aber gar nicht so hoch. Es geht nicht wirklich darum, das hier alles platt zu drücken. Nur ein bisschen die generelle Lautstärke anzuheben. Und packen wir den mal drauf. Und jetzt sieht man schon, das Ganze sieht sehr viel besser aus. André ist jetzt halt auch ungefähr gleich so laut wie Paul. Und dann normalisiere ich das Ganze nochmal. Um beides ungefähr auf eine gleiche Lautstärke zu bringen, was jetzt sehr viel besser geht. Im letzten Schritt schiebe ich jetzt Paul einfach ein kleines bisschen nach links im Stereofeld. Und André ein kleines bisschen nach rechts. Damit die beiden Autotracks ungefähr mit ihren Positionen übereinstimmen. Und man die ein bisschen leichter zuordnen kann. Und dann nehme ich das Ganze einfach und mische das zu einem Stereo-Track zusammen. Bevor ich das jetzt exportiere, normalisiere ich es nochmal. Damit ich nachher im Blender alles in der gleichen Lautstärke habe. Das fertige Mastering passiert eh erst, wenn alles Auto zusammen gemischt ist. Wenn das Audio von den Bumpern und vom Intro dabei ist. Damit dann am Ende auch wirklich alles eine durchgehende Lautstärke hat. So ist das jetzt hier erstmal okay. Das Ganze exportiere ich jetzt als unkomprimierte 32-Bit-Wave-Datei. Weil die kann ich dann nachher einfach in den Blender importieren und die Autospule, die im Video drin ist, durch die sie hier ersetzen. Ja, das war es erstmal fürs Erste. In der nächsten Episode gucken wir uns an, wie dann das Video geschnitten wird. Und in der letzten Episode gucken wir uns an, wie das Video encoded wird. Und wie die kleinen Bumper und so gemacht sind. Und was sonst halt noch so an anderen Sachen mehr einfällt. Bis dahin, schöne Woche noch und man sieht sich.